Ja, den Schalt trägt sie wegen einer Operation, nicht zum Spaß. Klingelt an der Tür, der Vater macht auf, stehen zwei Leute von der Tür und sagen, wir sammeln fürs städtische Kinderheim. Ah, okay, Dorothea Torben, kommt mal runter. Ja, wenn euch die Witze gefallen, würde ich mich freuen, den Kanal abonniert. Das wäre Motivation für mich, weitere Witze für euch hochzuladen. Bis dann, tschüss.